Eine kleine Insel in der Karibik, eine Anlegestelle mit Taverne, ein imperiales Fort mit Gefängnis und darunter verstecktem Schatz, klingt für mich nach den perfekten Piratenabenteuer. Während die Eldorado-Festung von Lego mit 210 Euro sehr teuer ist, wird die Freude an der Piratenwelt von Bluepricks leider durch die niedrigere Teilequalität getrübt. Daher habe ich aus dem Bergfried der Burg Bärenfels von Bluepricks, der ziemlich gute Steine verwendet, meine eigene imperiale Festung gebaut. Da ihr genau wie bei meinem letzten Umbau des Bergfrieds nur die Teile aus diesem Set benötigt, kostet euch dieses Fort nicht mal ein Drittel der Lego-Festung. Aber schauen wir uns die Insel im Detail an. Mit einer separaten Anleitung baut man zuerst dieses Floß, sodass das Abenteuer direkt beginnen kann. Das Floß wurde aus Fässern und Planken gebaut und am Mast hängt ein Segel, das schon bessere Tage gesehen hat. Ob es sich um das Floß schiffbrüchiger Seefahrer oder von Piraten handelt, könnt ihr selbst entscheiden. Die Anlegestelle der Insel ist gestuft aufgebaut, sodass sowohl das Floß als auch größere Schiffe anlegen können. Über die Stufen gelangt ihr, vorbei an einer Laterne, die den Landesteg ausleuchtet, zum Eingang der gemütlichen Hafentaverne. Das Nasenschild verrät sofort, dass hier mit Bechern in der Hand von Ruhm und Reichtum geträumt wird. Es ist beweglich gelagert und es ist nicht ganz ungefährlich, im falschen Moment darunter zu stehen. Neben dem Eingang wurde ein verdorbenes Brot entsorgt. Durch die Türe kann man schon einen Blick auf die Bar erhaschen und ein Geländer sorgt dafür, dass Gäste nach dem Besuch nicht baden gehen. Das Gebäude ist ein schlichter Pfahlbau mit schwarzem Dach, der an die Festung angrenzt. Wenn man die Insel an dem selbstgebauten Gelenk aufklappt, kommt man ans Innere der Taverne. Dort gibt es eine Theke mit einer Kerze und im Regal stehen verschiedene Becher. Daneben befindet sich ein angezapftes Fass sowie zwei Hocker für die Gäste. Hinter der Theke ist eine Durchreiche in der Wand, sodass die Soldaten mit Getränken versorgt werden können. Über eine Rampe gelangt man zu der Festung, die an die Lego Eldorado-Festung von 1989 erinnert. Die Parallelen reichen vom Felsen darunter, der an die alten 3D-Grundplatten angelehnt ist, über die markanten Schießscharten in der Mauer bis zum grundlegenden Aufbau. Ein hoher Wachturm mit bröckelndem Putz stellt den Eingang dar, vorne gibt es eine Geschützstellung, in der ihr optional eine Kanone platzieren könnt und in der hinteren Ecke ist das Gefängnis zu finden. Der Bereich vor dem massiven Holztor wird von einer Fackel ausgeleuchtet und um die Ecke steht ein leeres Pulverfass. Das offene Fenster im unteren Teil des Turmes ist sehr hilfreich beim Verschließen der Eingangstüre. Durch den Sandstrand mit Palme, an denen etwas Treibholz gespült wurde, gibt es eine Möglichkeit mit dem Floß anzulegen, ohne Aufsehen zu erregen. Zum Beispiel, wenn man Gefangene aus dem Gefängnis befreien will. Dabei hilft das marode Mauerwerk dieses Teiles der Festung. Die Wand ist aber auch schnell wieder instand gesetzt. Mit der Glocke im Türmchen der Taverne kann bei einem Ausbruch Alarm geschlagen werden. Auch aufgeklappt macht die Festung einiges her. Man kann sich gut vorstellen, dass die Insel dahinter weitergeht. Und vor allem kann man sie so von der Rückseite gut bespielen. Vom Hof aus kann man über eine Treppe auf das Gefängnis gelangen. So erreicht man das Zimmer im Turm, in dem Seekarten gezeichnet werden. Auf dem Tisch liegen neben der Schreibfeder zwei Pergamente, eines davon mit rotem Siegel. Das Fernrohr an der Wand hilft beim Identifizieren von sich nähernden Schiffen. Um ganz nach oben zu gelangen, kann man optional eine Leiter montieren. Die im Set enthaltene Leiter wird nämlich für den Abgang zum Keller durch die Falltüre benötigt. Dort befindet sich die Küche mit Herd und Kochgeschirr. Auch eine Anrichte ist vorhanden, auf der neben einer Kerze ein Leib Käse liegt. Weitere Kerzen, ein Becher und ein Ring, werden im Regal dahinter aufbewahrt. Wer hier kocht, bewacht auch gleichzeitig den Schatz, der in einer Nische versteckt ist. In der Truhe findet man unter anderem Goldmünzen und einen goldenen Kelch. Mit dem Technikpin hier unten kann der Felsen geschlossen gehalten werden. Zum Transport haltet ihr die Insel am besten unter beiden Teilen der Taverne und am unteren Teil des Turmes bzw. dem Felsen darunter. Den Felsen habe ich gegenüber dem ähnlichen Felsen aus meinem letzten B-Modell weiter verstärkt. Das Modell ist größtenteils sehr robust und kann gut bespielt werden. Ich überlege, als nächstes die 30 Euro Wachtturmerweiterung der Bluepricks Piratenserie in ein eigenständiges Set umzubauen. Soll ich daraus einen Leitfaden erstellen, wie ihr selbst, auch ohne viel Erfahrung, an den Umbau eines Sets herangehen könnt? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Sagt es mir gerne in den Kommentaren.